Das ist Sandro Junior, einer seiner Nachkommen. Oh, schön ruhig. Edel, langbeinig. Sandro Junior haben wir, ich glaube, sieben oder acht Stück bei uns zu Hause. Die kann man alle fast nebeneinander stellen, super Typen. So. Oh, ist gut, jawohl. Punkt frei. Gut. Jawohl. Ja, auch super. Wieder hier auch die Bewegung, wo wir unsere Station echt Wert drauf legen, dass wir Schritt, Trab und Malopp in unseren Hengsten haben. Und das bestätigen wir auch dann auf den Körungen wieder. Einmal noch links rum und dann soll es gleich genügen, wenn er keine Lust hat. Und ich glaube, man hat alles gesehen. Jawohl. Gut. Kannst gut sein. Okay, soll reichen. Wer weiß, dass es hinten wieder rausgeht. Aber ich glaube, wir haben genug Fachleute hier, wir haben alles gesehen. Und danke. Ich glaube, ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen.